gut aber nur leere äh Timo das sieht ganz schön kacke aus das ist alles wahr ich dachte ich sag's dir mal okay ne der Atmer sieht kacke aus das war ein Chaga ich bin hi hi Atmer was ist das denn der hässlichste Panzer aller Zeit? wie das jetzt auch immer funktioniert alle auf Atmer weil der sieht kacke aus ne Atmer auf wir haben Juggernaut mit Henne und Leo nein wir zwei greifen euch an also wir vier greifen euch zwei an aber warum haben wir denn die selben Farben ja ja es gibt lila Angreifer und lila Juggernaut ja und wir sind auch auch ne Angreifer ein Team mit zwei Angreifern im Juggernaut so stimmt der ist bei uns wer ist unser Juggernaut? ich hab ihn was müssen wir jetzt genau angreifen ach nur ein bisschen Juggernaut aus alter der kann ja gar nicht laufen also kaum natürlich nicht toll steigen alle Busse einen fahren ihn um es geht sogar hier lang hier lang ja ich will mich ein bisschen verstecken der kommt doch da gleich ja dann kriegt er halt ne Kugel in den Kopf glaubst du aber selbst wie du jetzt die Kugel von dir triffst dass du die Kugel triffst aber ich müssen zusammenbleiben er schießt in die Kugel er hat ja ne Unimap hab ich ihn nicht mehr versteckt ja die sind draußen er ist draußen schön hat ihn schön ne eigentlich nicht ach fuck ach der ach der was hat der für ne Waffe wo ist er denn? der Juggernaut hat halt den Dings ne alter der hab ich zwei Schüsse noch wenn ich tot ey ich bin direkt gespawnt toll wow ahhhh dieser Depp hüppt einfach in die falsche Richtung weißt du neben einen Kasten wo alles frei und da rennt einmal quer über die Ecke um den anderen Kasten zu nehmen um sich da zu verstecken oh alter frisch gespawnt ja du sprangst halt direkt mit nem Schuss fällst voll geschissen ja ich muss mir erstmal orientieren wo ich eigentlich bin ums um Unterstützung au yes geil Kimo cheatet du musst mal ein bisschen in den Sissi halt gehen äh Pippi ja 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 ihr müsst ihn ja auch ausschalten ja wir schießen da drauf hier und es halt aber es ist halt bei uns dauert es länger als bei dir schütze ich lieber ein bisschen ach der Atme ist ne doch ja klar stimmt der Atme ist ja der mit dem jetzlichen Fresse links kommt einer Martin hinter dir du bist echt dieser Typ du wie ahhh ahhh ha leo wir haben ne Meppen ALTER wie das Wasser da rauskommt warte mal ich atme von hinten boah scheiße hört ja alles stimmt ja du kriegst Unterstützung äh du kriegst einen Angriff nein du kriegst Unterstützung wo wow wow fuck was das funktioniert ja äh nein aber viel hast du nicht mehr der hat nicht mehr viel Leben ja aber er auch nicht komm wir hören die schon ja wir haben mehr ich hab mehr jetzt ein bisschen wo ist denn die ich seh den gar nicht du bist scheiße du bist scheiße au du bist in deinem Bus versteckt der TB dann mach den Bus kaputt Granate sehr gut sehr gut der ist schon kaputt wo ist der Timo weg weg verdammt verdammt die ganze Zeit nur auf Verdacht geschossen weil ich hier einfach nicht gesehen hab hat Spaß ich sehe den Pippi nicht er campt hinten campt am Feigling bleibt da ist gut na nicht auf ihn Jaja ich fühlte die ganze Zeit den Leo oder den Ach man, zieh dich zurück gut dann attackieren wir jetzt stellt euch am Glas Martin, wir rumgehen Martin, wir rumgehen shit schade ich hab so die ganze Zeit so gewählt also oh das kann gut werden stellt euch am Glas wo ist der denn? wo ist der denn? hol durch den hol durch den mal wo ist der? fuck irgendjemand schießt mich ist das der mali? wo ist der denn? ja der Martin ist ich glaub der kann nicht mehr nachher schießen hä der Atmer noch ein bisschen aufm Atmer schießen Martin ist noch ganz weit weg ja aber irgendjemand schießt auf mich das Pippi nicht ja der kann aber fest in die Enkel schießen da hinten ne das ist Timo next kill win wow ich glaub die ist auch der was? der nächste kill gewinnt? ah die wird alle Juggernaut oh na toll ich hab eine tolle Position ja oh fuck ich muss mich ich muss mich verstecken nur einunddreiziger das macht man nichts bei jedem Spiel nö sagt sie mich ja wo sieht die denn? ich seh auch kein Publes kein Milchfeuer irgendwo wo? super ich hab keine Angst ich seh die einfach nicht ich probio wir das aus wie weit wo alles gleich wavien ah fuck Boah, scheiße, er war fast tot. Nein, er ist tot. Verdammt. Ihr habt mich jetzt so knapp zwischen Pippi und mir. Das gibt's nicht, ey. Es war so knapp, man. Wir hätten fast gewonnen. Er hat doch gewonnen. Ihr habt doch gewonnen. Nee, wir haben verloren. Was? Steint bei uns. Ja. Aber, cool. Ja, ich, ich. Ich hab uns gleichzeitig gewonnen. Ach, die Zeit ist abgelaufen. Ja. Die Zeit ist abgelaufen, deswegen hat keiner gewonnen. Los. Boah, war das knapp, ey. Wir hätten fast geschafft. Das gibt's nicht. Ah, Atma. 90er Schaden. Ha, ha, ha. Er hat nur einen 30er Schaden. Mist. 64er. Ich kenn mich gar nicht aus. Ich hab 10. Was heißt denn 10? Ja, weil du am Ende noch den Henner abgeschossen hast. Oder mich. So, was machen wir jetzt hier? 5. Toll. Nein, ja, nein. Eigentlich viel tollerer. Tollerer. Oh, die 3, das ist ne Feuerwehr. Ha, ich hab gewonnen. Oh, toll. Kriegt der wieder seinen Scheiß-Behinderten-Bonus. Oh, das war glaub ich diskriminierend. Moment, aber das waren jetzt keine Doppelten, oder? 4.000 nur? Ist das schon abgelaufen? Aber wir können natürlich die Runden dauern niedriger. Du bist abgelaufen. Machen wir einfach mal 2 Runden zum Siegen. Machen wir 5 Runden dauern, oder wie lang? Ähm. Start einfach. Ja, mach mal 3. Dann wird's aber auch weniger, wenn's größer ist. Man kann 5, 10 oder 15. Lass es. Lass es wie es ist. Oh, ich muss den Leo laut haben. Nein, nicht open. Nicht open, Klaus. Play. Ja, es bringt eh nichts. Weil wir sind alle befreundet aufs Dings. Das sind wahrscheinlich weniger. Deswegen schon alleine. Außer der Leo. Ja. Deswegen geben wir euch ein bisschen was. Hä? Was bringt nichts? Start es einfach. Ja und? Start es. Drück doch mal Start jetzt. Hä? Warum hat das nicht geklappt? Jetzt hat er's. Ich dachte ich hätte eigentlich schon Eugen. Ja, 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 ja. Ich bin schon wieder Joggernaut. Ach, ich will nicht mehr genau sein. Du bist auch wieder Joggernaut. Ja, ja, ja. Ja, ja. Leo, wir müssen jetzt hier gut kämpfen, ne? Ja, das sehe ich auch so. Das rocken wir. Äh, ich weiß nicht, ist der Lila Juggernaut. Der Atmer. Es gibt keinen Rage und Juggernaut. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Du kannst ja jetzt nicht ins Lila Team wechseln. Hä? Warum gibt es jetzt keinen Rage und Juggernaut? Ja, Pippi. Hä? Pippi? Ah, da ist. Habt ihr jetzt alle, ja? Ja. Oh, ja. Aber ich hab jetzt so ein, ein, zwei Tricks auf der Map entdeckt. Aber jetzt haben wir da dann eine andere Map, das ist schon schade. Es hat so ein paar schöne Dinger, weißt du? Ja, ich auch. Aber die waren operativ. Die hab ich mir ja später geholt. Aber wo kannst du jetzt Schüsse abgeben? So. Wo sind die Köpfe? Wo, wo sind die Köpfe? Ja, die Frage ist, was geschieht in den Köpfen der Andere? Da kommt der Kugel. Hm? Köpfe? Oh shit. Das war keine gute Position. Ich fand sie gut. Da ist was vorgegangen. Natürlich. Wir alle auf die Hände geschossen haben direkt. Dreckschweide. Der Einzige, der hier ein bisschen movt, während jeder stehen bleibt, zu mir abgeknallt. Ey, da hinten läuft aber einer. Warum treff ich den denn nicht? Bist du weit weg? Ah, wo wird Reichweite hat das Ding nicht? Der hat... Ne, da ist was dazwischen, weil der, den du nicht triffst, der da ganz hinten ist, der trifft auch dich nicht. Ja, der Reichweite ist einfach nicht hoch genug, ne? Ey, hier steht zu viel Scheiße dazwischen. Oh. Oh. Der ist jetzt hier. Ja. Ah fuck. Aber schön hätte er gelandet, ey. Stehe. Ach Gott, wird man da zersied? Ja, natürlich. Ab, hör mal auf auf mich zu schießen. Ja gut, das hat gute Geschaden angestellte Pipin gerade, das war sehr gut. Oh, komm. Ich spawn immer da oben ohne Weckung. Ich weiß, das ist super geil. Ah fuck. Vielleicht der Martin. Hinten. Der gibt dir eine ganz entspannte Rückendeckung. Jawohl, der Pipin steckt gut Schaden ein. Das geht ja gut hin. Ja. Oh, Sack. Was war denn das? Was war denn das? Das war Headshot. Was schaffst du jetzt ein Gewehr? Das sah aus bei mir. Boah. Wer ist unser Jugger-Not noch mal? Pipischen. Nee, nee. Ich bin bei euch. Atme. Ich bin bei euch. Ich bin der Atme. Saugut. Ist in Ordnung für mich so. Wir haben zwei Jugger-Notes. Probier ich mal mit dem Lenkrad. Ah, das gibt es aber nicht. Oh, das war aber okay. Oh fuck, jetzt trifft mir irgendwas ganz krass. Ja, der Jugger. Boom, Jugger-Laga. Boom, Jugger-Laga. Now, Now, Now. Boom, Jugger-Laga. Now, Now, Now. Now, Now. Renadiert ihn. Ah shit. Ich hab grad von Malden abgelenkt links. Gibt's nicht. Geh, schönen Deckung atme weiterhin. Kriegst du auch nicht mein Ding, ja? Ne. Ist echt lächerlich. Ich hab dich genau im Visier und kann dich nicht treffen. Ist ja auch nicht das Ziel. Die Jugger-Notes sollen ja die Angreifer bekämpfen. Ich glaub wir brauchen einfach mehr Zeit in diesem Spiel, also. Ja, wir sind zu sehr auf, äh, auf Player an uns. Ne, vielleicht sind auch einfach nochmal mehr Angreifer dabei. Kann auch sein. Maximal 10, an so viel Dich sind wir gar nicht weniger. Das sind die hellste. Ja, 6 sind wir, oder? Ja, aber jetzt mal Kopfüberschlag. Wow. Sehr gut, Henne. Voll in die Schussbahn gerannt. Es gibt hier keinen Fantasy-Fahrer. Aber Fireblocking, oder was? Ja, aber du hast ja auch grad auf mich geschossen. Der ist auch genau in deine Schussbahn gerannt. Und so hält denn ein Dixie nix. Hä? Ich fand ich ein Dixie geschützt. Aber er hat ja mal gut was abgekriegt. Oh, fuck, fuck. Rennen, rennen, rennen. So lobe ich mir das. Ich geh alles für Dich. Oh, fuck. Füße den Händen, füße den Händen. Füße den Händen, füße den Händen. Füße den Händen. Mit dabei. Alle auf dem Team, oder? Da kommt über die rechte Flanke. Nein, wir verloren. Jetzt kannst du nicht. Jetzt hab ich es echt. Ja, wir brauchen wenigstens. Machen wir 10 Minuten. Kannst du auch höher stellen. Ja, ja. Jetzt haben wir erst noch die zweite Runde. Hä? Haben wir gewonnen? Nee, warum? Sind alle 4.000? Oder steht Rounds 1? 1. Vielleicht... Vielleicht habt ihr mehr... Ja, vielleicht habt ihr mehr Schaden gemacht, ja. Mehr Schaden gemacht, ja. Eigentlich... Ich denke, das ist einzig logisch, aber sonst... Aber wenn der Timo von Logik redet... Er ist ja schon alles, äh, ne? Hier... Nochmal! Timo hier... Nochmal! Also viel Geld ist das ja bisher nicht, ne? Aber dafür viel Spaß! Ja, viel Spaß, ja. Ich find's scheiße, was? Ne, ich find's gut. Ich find's witzig, ja. Ja, irgendwie hat's was. Warum hab ich denn ein Ohrring? Ach, was? Wohlwitz, Junge. Ich dachte, der Typ in seinem komischen Sexanzug. Das hilft ihm, das was er gefällt. Oh, jetzt kann ich das sehen. Werde gehittet? Zurecht, würd ich sagen. Timo? Timo kommt über die linke Flanke. Oder der andere Typ, da... Irgendeiner kommt? Das ist... Machst du fertig? Oh. Gute Denkung! Hätte beschossen, keine Ahnung von wo. Achtung, Kran. Na, der kommt. Schönen unten. Oh. Jawohl. Stark. Aber mein Herr hat was sonst wohergekensackt. Ja, Mann. Ich würde es umdauerngehen, Nevo. Und trefft, du verreckst mich. du Lappen stell dich mal versteck dich wie schön das hast du ja gerade gell versteck dich ruhig weiter Hi Timo Ende war's ja einfach kann's sagen unterstützt der Kill Hi Timo hör was da oben war ich vorhin außerhalb der Spielerzone der Spielzone warum darfst du da oben sein der wird der eine gelbe ey wo bist du denn da oben auf der Brücke what the fuck hey da dürfte ich eben gar nicht sein ach die Attacker dürfen auch weiter weg laufen oder was also mal Feuerpause ich muss meine Freunde über den Nacht sagen boah da oben fuck und wo sitzt der denn da was ist das du hast halt so viel hin verloren atmet ja ja granate von Martin ganz stark von wo von oben da kommt einer ja der denn wirklich schon die Granate ausgehalten danke ja ist die Frage wie ist der da hochgekommen jetzt geschlichen der ist einfach still das ist gar nicht dumm ah jetzt haben sie mich erwischt sehr gut nicht mehr da hoch lassen das ist gefährlich weiter links in der Brücke glaube ich 9 zu 0 atma gegen mich das fühlt mich auch wunderbar an ja wieso bist du denn am blinken ah er probiert es wieder ja schießt ihn hoch direkt ja genau schießt ihn weiter hoch fuck er ist wieder aufgekommen echt jetzt ja hier auf die andere Seite achten von hinten kommt er von hinten jetzt ich hab alles gespawnt man chill mal Der Kerl ist gut. Das war ziemlich traurig. Der Hennel kommt hier gerade an. Der Kerl ist gut.